Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hybris mit der lieben Katze, den Items und dem Manus. Hi Leute, so, back in town. Ich bin immer noch auf der Suche nach PETA. Ich finde aber PETA nicht. Es gibt einfach keinen PETA hier. Mist. Es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich gehe mal hier runter, obwohl das eigentlich mit der Lava nicht so geil ist. Aber vielleicht tonnenweise Quarz. Aber einfach kein Salpeter. Wow. Items. Hier. Was mache ich denn? Es ist so ärgerlich. Du willst den Gas töten immer noch oder was? Gas? Ich habe drei Gas-Tiers. Ich habe die alle weggehauen. Alle weggehauen. Das Problem ist, dass ich es sei PETA. Und ich finde einfach... Wow Leute, ich habe fünf Gas-Tiers. Ich habe das noch nicht aufgelesen. Das ist natürlich schlecht, dass du die fast alle verloren hättest. Nein. Hab's hier. Wow. Das ist schon wieder so eine... Nein. Das bringt gerade nichts. Nein. 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 Wow. Kommt die Schnee den Berg hoch. Na, das ist halt eine Spille, ne? Wow. Ich muss sie irgendwie runterschmeißen. Geht er weg. Geht er weg. Größe Spinne. Nein. Jetzt brennt der auch noch. Oh Gott. Oh Gott, ich back fest. Ja, und ich fall runter und so. Und fick dich noch. So ein Kack. Wie soll ich es erklären? Ich gehe einfach nicht. Es geht einfach nicht. Also ich habe es hier die ganze Zeit vor mir stehen und ich benutze mich. Das ist wirklich ärgerlich. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Na, ich habe hier meine Madhawk nicht benutzt zum abbauen von den Sachen und das ist dann immer... Da ist es ein bisschen doof. So, an und fissig. Oh. Das ist voll das schöne Feld. Oh. Bist du dropst von der Decke? Das Wasser drüber. Bitte nicht abbauen. Okay. So, ich gehe meiner Lieblingsbeschäftigung letzter Zeit wieder nach. Derben. Wow. Hat er gerade wieder angegriffen. Ja, genau. Alle dürfen mal den Manus hauen. Nett. Schmuck. Oh, mit der flachen Hand habe ich sie getötet. Das ist natürlich... Ich werde noch mehr spenden. Oh, Gott, war ich erschrocken. Nimm dies. Und das. Und dies. Und das. Und das. Und ein bisschen von dem. Und immer noch. Jetzt ist sie tot. Wo ist mein? Da. Okay. Super. Yay. Tja. So, wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen Feld, Leute. Das ist auf jeden Fall mal gut. Dann haben wir nämlich den Teil auch mal fertig. So, jetzt geht es wieder an die Produktivität. Und zwar an die richtig harte Produktivität. Die letzten Verfolgenden werden wahrscheinlich für euch interessant gewesen sein. Weil es war produktiv. Habe ich mal gehört. Bei mir ging es so. Echt? War jetzt nicht eine Reise. Bei dir wäre es jetzt noch super gewesen so. So, dann machen wir mal das, was ich gehört. Und zwar ganz kurz was suchen. Hallo, kleine Spinnen. Sag doch, dass du knuddeln willst. Hättest du das früher gesagt? Wäre ich früher da gewesen. Böse, böse Fritteuse. Weiß. Oh, Gott. Da stehen wir genau dieser Pikmin daneben. Ja, genau. Und da fängt direkt das Heulen an, ey. Ja, da hätte ich auch gesehen. Da wurde ja getriggert von dir. Ja. Oh, fuck auf. Oh, ich habe immer noch F7, Mann. Also, du bist wirklich ein Mensch, der nicht gut zurechtkommt mit dem Nita. Nein. Weil mich auch keiner dort leiten kann. Das ist echt mega schwer, sich dort zurechtzufinden, wenn denn einfach niemand leiten kann. So. Leiten oder leiden? Leiden. Mag. Mag. Okay, leiden. Leiden, okay. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Lass mein Bogen wieder. Es könnte sein, dass diese Versammlung jetzt hier, ich probiere das mal aus, weil ich bin nicht sicher bin, wenn ich wieder verreckt, ist mir das auch wurscht. Du hast aber alle Pfeile mitgenommen, oder? Ne, passt. Ähm. Jo. Da die sind, wie sie schlägt, dass du alle Pfeile mitgenommen hast. Da ist es schon wieder. Immer ein paar da lassen, die Fettkirchen, falls ich hier auch einen Bogen war. Ich habe mir jetzt einen gemacht. Mit Cotton können wir nämlich jetzt theoretisch Wolle erstellen. Und jetzt ist das Problem, ich habe hier am Portal einen Gas, der mich abschießt und ich habe keine Pfeile, um ihn anzugreifen. Ach, jetzt sagen wir, es wäre meine Schuld. Wow. Ist hier die Grabmod drauf? Ja, gell? Ich möchte meinen eigenen Friedhof, ja? Ja. Nicht so. So, aber, falls du jetzt in den Nähter gehst, dann... Ich bin schon im Nähter, ich feite hier in den Gäst. Aber ich habe ja keine Pfeile. Oh, warum nicht? Weil du alle mitgenommen hast. Bedeutet, ich muss jetzt den Hardcore-MLG-Move machen. Okay. Was ist da, hinter der Wand verstecken, bis er Gas vorkommt und dann zuhaut? Warten, bis er auf einen schießt und den Schuss zurückbleibt. Ach so, das ist ja easy. Würdest du... Da ist noch Draconium! What? Würdest du bücken, wenn er nicht am Portal stehen, wenn er nicht angreift? Ich würde... Was soll ich machen? Nicht am Portal stehen, wenn er angreift, weil er kann das Portal ausschießen. Oh, okay. Das ist ein bisschen schlecht, wenn er das tut, weißt du. Wo bist du denn gestorben? Hinten an der Festung. Wo bist du? Ja, an der Festung, deswegen. Warte, warte, ich komme. Wieso greift mich? Oh, ein Hund. Warte. Bin an der Festung und es ist der Zombie-Pigman einfach, der mir das Leben hier zur Hölle macht. Warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, der greift mich jetzt an. Wie, er greift dich an? Ich muss ihn schlagen. Nein, schlag ihn nicht. Ich habe ihn schon geschlagen. Dann müssen wir alle schlagen. Ja, aber wir haben keine andere Wahl. Wenn der dich weiterhin die ganze Zeit umbringt, dann haben wir ein Problem. Und jetzt ist das Wotzi da. Jetzt bin ich gleich da. Ich sag ja, ich lieg nicht unbedingt an mir. Okay. Das ist echt ärgerlich, was hier abgeht. Ah, das ist eine Menge Zeug dabei. Hast du mein Zeug? Ich habe gerade eben dann ein Skrub aufgebuddelt, in der Hoffnung, dass hier die Pfeile drin sind. Und das habe ich auch. Jetzt musst du nur schnell herkommen, damit die Pfeile nicht weg sind. Äh, die anderen Sachen nicht weg sind. Weil ich kann nicht alles tragen. Obwohl, ich kann Mashrooms wegwerfen, dann kann ich alles tragen, wenn ich Mashrooms wegwerfe. Ja, weil ich wäre schon wieder von einer, ähm, so einer dicken, zwei dicken Spinnen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Haben wir genug vor der Türe, theoretisch. Das brauchen wir nicht, haben wir auch genug vor der Tür. Ähm. Das ist alles super. Okay, Suppe ist ein nachwachsender Rohstoffe, dann nehmen wir die komplette Suppe raus. Super. So, lass uns mal ganz schnell zurückgehen. Kannst du mir mit Schwertfix nachgeben? Manus Schwert, hier. Oh, bis jetzt. Manus Pickaxe, Manus Pick, ein anderer Bogen, die Hälfte meiner Pfeile, bitteschön. Die Spinne da vorne wird uns übrigens gleich attackieren, gell? Ja. Oh. Deswegen, also hier langlaufen am besten. Wenn du, wenn du den Peter siehst. Wenn wir Salpeter sehen. Ja. Okay. Cream up! Fuck. Auflaufen, auf, 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 auf. Ich kappe hier. Oh nein. Da ist es nicht so gut gelaufen. Your homebed was missing or obstructed. Ja, stimmt. Und wir haben mein, ich habe mein Homebed abgebaut neulich beim Aufräumen. Leute, ich kann nicht im Bett spawnen. Hört mich mal ins Bett legen. Oh Mann ey, was für eine Folge. Es ist ein bisschen ärgerlich, das Ganze. Kurz hinlegen, damit das Bett wieder gesetzt ist und Tag ist. Ich bin in der Wand. Wow. Das Bett führt mich direkt in die Wand. Ich könnte es aber schaffen, die Wand abzubauen, bevor ich sterbe. Nein. Und mein... Jetzt wird es echt nice langsam. Das Bett ist in der Wand. Ich kriege einen Haster. Nein. Das ist der Hammer ey. Das ist der Hammer. Übel, oder? Alter Schwede ey. Alter Schwede. So. Dann nehmen wir dich mit. Du kannst nämlich wenigstens ein bisschen Damage machen. Und dann geht es wieder in Nita. Miau. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Tja, jetzt sei Peter. Das wäre geil. Der Gast hatte schon einmal das Portal ausgeschossen. What? Wie? Mach mir keine Angst. Ich habe zwei getriggert. Ich habe zwei getriggert. Wow. Okay. Okay, der Kleine ist nicht sauer auf mich. Die Kleine Fledermaus hier oben ist aber sauer auf mich. Das tut mir dezent weh. Und die zweite Fledermaus ist auch noch sauer auf mich. Das ist, ja, ich brenne. Der ist gerade Zombie Pigment ins Portal und ist verschwunden. Ja, und ich brenne. Und da war dann die Tüte gegenüber. Hä? Was? Wieso Fireball? Firebat. Du bist in die Lava gesprengt worden. Aber dein Grab steht daneben. Ei, 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 Menschen. Hä? Material hier. 200 Wegpunkte und ich laufe genau in die Richtung, wo ich keinen einzigen davon sehe. Oh Mann, ey. Walpeter von Railcraft gibt es auch. Hat davon nicht sogar... Kann man das nicht sogar finden? Das ist die Frage. Also ich habe nichts gefunden. Oder wir haben es noch nicht, sagen wir es mal so. Ja, da ist wirklich ein Pigment in unser Lager gelaufen, aber der ist noch ganz lieb zu uns. Ja, du bist ein knuffiger kleiner Pigment. Möchtest du dich vielleicht verbudeln gehen? Magst du das machen? Ihr feine Pigment. Wenn nicht, gehe ich in der Overworld auf die Suche nach Railcraft-Sellpeter. Oder? Würde ich sagen, ja. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Oh, da sind eine Menge von den Wautzis. Ups. Es ist nur die Frage, in welcher Höhe wird das liegen? Eine von den Wurst kranken Herren. Da ist es jetzt schlecht. Glaube ich, werden wir eine kleine Exkursion machen einfach. Okay. Wir werden mal gucken, was ich noch so finde. Aua. Ist doch gut, Wisp. Ja, lol. Du willst mich doch verarschen, Alter. Diese Wisp. Warum die mich einfach angreifen tut und tut. Aber ich finde es schön, dass du versuchst aufzuholen. Äh. Ich meine, wir wollen hier keinen Schuldigen nennen, gell. Aber wir gehen einfach mal in die Richtung und schauen. Wie das Ganze ausgesehen hätte, wenn ich in den Nähter gegangen wäre und Schuss gehabt hätte und ich an dem Gäst verreckt wäre. Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, nein. Ist kryptisch. Oh, Mann. So. Alter Schwede, ey. Rich Bitch, du wirst verrecken. Ja. Ja, stopp wohl jemand dann, okay. Upsala. Ich überlege, ob ich, ähm, vielleicht so eine Spalte finde. So eine Slucht. Wow. Really? Ach komm, ich gehe mal hier in das, in das Gebiet und werde mal einfach ein bisschen weiter laufen. Was haben wir denn gemacht? Die Longschuhe. Longsword habe ich immer gemacht, genau. So. Das Essen haben wir ja auf jeden Fall genug, weil wir immer wieder Süpschen aus den Kühen kriegen. Das ist das Gute. So, Leute, jetzt ist Ende im Gelände. Wir holen uns jetzt unsere Sachen wieder. Sonst setzt's was. Oh, sorry. Diku muss ich immer töten. Der Hut ist ja episch. Okay, warum du jetzt getriggert bist, ich weiß es nicht, aber okay. Come at me, Bro. Hä? Tot. Tot. Bin fast tot. Wenn die Whip sich jetzt wieder überlegt, mich angreifen zu wollen, ey. Kriegen wir ein Problem miteinander. Aber das könnte vielleicht gar nicht so schlecht aussehen hier drüben. Dann noch einmal hier was zu Essen mitnehmen. Okay, die Whisp ist wirklich dabei, uns anzugreifen, aber wir schaffen's hier raus. Ich bin da sicher. Das ist übrigens eine der guten Anwendungsmöglichkeiten für einen Longsword. Oh Gott, du bist damit unwahr. Du bist damit unwahrs. 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 Nein. Das ist nicht dein fucking Ernst. Aber du lebst noch. Aber du lebst noch. Das kann sehr gut sein. So, wir haben unsere Sachen wieder. Das ist schon mal das Wichtigste. Eins, zwei. Und jetzt haben wir halt ein Upgrade im Schwert. Super. Haben wir halt machen müssen. Was hast du für ein Upgrade? Ja, ich habe jetzt auf Zertus Quartz geupgradet, damit ich hier die Sachen zurückholen kann. Äh, Zertus Quartz war Schärfe, ne? Äh, nicht Neta Quartz, sondern Zertus Quartz. Achso, Zertus Quartz. Ich habe ein ganz neues Schwert gemacht. Das hat mehr Angriff, oder? Ja, einen mehr Angriff. Okay. Aber hat noch drei Modifier theoretisch. Äh, Neta Salpeter Ohr. Ich habe ein Ohr mitgenommen. Und da bekommt man aus einem Grindstone doch mal zehn Neta raus. Ist doch geil. Okay. Drehende Katze. Kattenpowder bekommt man. Ach, zwei ist ja lächerlich. Ich würde da irgendwie eine Höhle oder irgendwas finden würden. Ei Bulb. Bei allen Dingen, es muss ja Salpeter muss ja... Warum hattest du denn die ganzen Treated Sticks dabei? Äh, ja. Wow. Weil ich die gemacht hatte vorhin mal. Aber, hm. Ne. Wow. Na, 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 na. So, wir machen uns ganz kurz einen kompletten Stake-Compressed-Coublesong. Ich habe nämlich hier unten in der Truhe wieder extrem viel Platz gekriegt. Hier, das kommt oben rein theoretisch. Und oder hier rüber. Aber das können wir einschmelzen mit den anderen Sachen. Sulfo kommt hier rein eigentlich. Damit können wir Fertilizer bauen. Sehr schöne Landschaft jetzt. Damit können wir ein Deep Stone-Ding bauen. Okay. Shapeless Crafting dürfte noch mehr als das hier möglich sein. Äh, ja. Okay. Naja. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Das habe ich jetzt ein paar mal gesagt, gell? Ja. Und ich bin hier mit dem Peter am verzweifeln. Es gibt kein Peter. Wir müssten mal gucken, wo es, äh, von Raycraft, äh, wo man den findet. Den Salpeter. Das wäre mir echt ganz interessant. Weil es ist ja unklar, was wir uns hier für einen abbrechen für den Blast-Furniss. Ist irre, ne? Aber dafür ist es extrem. Nein! Ja. Oh, wow. Der hat einfach unseren Cook-Oven gesprengt. Lol. Nicht dein Ernst. Zwei Cook-Oven-Dinger sind noch, ähm. Ja, aber sind nicht genug gebrochen. Die anderen auch noch. Wir müssen noch mal neue Cook-Oven-Teile bauen. Oven. Oven. So, Bricksand kriegen wir hin. So. Kriegen wir nicht hin. Da brauchen wir nämlich Clay für. Clay haben wir satt. Clay müssen in der mittlersten Kiste sein. Oder in der obersten Kiste. Ich weiß, dass selbst das hier schon Verschwendung ist. Deswegen nehmen wir das nicht. Wir nehmen Rube. Das können wir sowieso gerade für nichts anderes verwenden. Wäre sehr schön. Ähm, ja. Und Sand haben wir hier unten noch, oder? Ja, haben wir. Nö, 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 nö. Hm. ich finde ich meine höhle vor selbst hier ist das mit schiff nicht klar gewesen okay und auch du noch du kannst auch noch geerntet werden das kann man nicht aus dem hemd machen aus dem was fabrik hemp rope coil hemp kräfte rings können wir aus help machen das haben wir supergeil windmill können wir auch bauen theoretisch noch irgendwann das gut eine menge zeug eine menge anwendung menschen so das müsste jetzt fertig sein genau ein einziger was kommt nur ein einziger raus was habe ich hier komplett vergessen wo sind die restlichen kocken da ein einziger kommt raus das ist natürlich ärgerlich als tag alter ich muss hier noch in frauen wir bauen und 20 clay das hatte ich nicht bedacht man ist du bist du bist du bist ein ziemlicher sterber so ein bisschen unwissentlich okay na gut dann mein lieben freunde ist auf jeden fall wir sind dann ist folge wieder wir haben schon etwas sind schon etwas gut vorangeschritten schon mal mein stuff noch wieder läuft dann wieder zurück und ich habe beide haben es vorbei und eine dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder oder so sieht es aus bis dahin